Freunde! Ich bin hier mal wieder auf einem öffentlichen Brookhaven-Server und... Moment mal, wurde ich jetzt schon sofort erkannt? Oh Mann, er hier ist direkt schon ein Fan! Und ich bin gerade mal seit 10 Sekunden auf diesem Server. Das ging wirklich mega schnell. Ähm, ich schreibe hier einfach mal bis im Video. Aber Freunde, darum geht es gar nicht, denn wir versuchen heute einfach mal einen Schlafplatz zu klären. Denn wir wollen mal gucken, wie schnell lassen uns die Brookhaven-Online-Data-Mädchen bei sich zu Hause schlafen. Ich bin mal mega gespannt. Ich glaube mal, die meisten Mädchen werden uns spannen oder beschimpfen. Ich bin mega gespannt. Deswegen suchen wir jetzt erstmal fremde Brookhaven-Online-Data-Mädchen. Let's go! Okay, Freunde, das Ding ist, da hinten am Spawn sind wirklich sehr, sehr viele Mädchen. Und ein Teufel, okay. Aber sobald wir zum Spawn laufen, werden wir erkannt. Und ja, dann bildet sich auf jeden Fall ein großer Kreis um mich herum. Deswegen muss ich hier auf jeden Fall Abstand zum Spawn halten. Äh, was ist denn da passiert? Ähm, okay. Moment mal, ich frage jetzt einfach mal die zwei Mädchen hier. Kann ich bei jemandem von euch übernachten? Oh, oh, die kennt mich. Ja, bist du YouTuber? Ähm, Mist, Freunde. So, langsam kann ich hier wirklich keine Videos mehr machen auf den öffentlichen Servern. Ich glaube, ich muss mir mal wieder einen Fake-Account erstellen. Ich schreibe einfach mal, ähm, bin Faker. Und sie glaubt mir das einfach. Sie schreibt einfach, Mann, ey. Und jetzt schreibt sie auch noch, nö, und lief das Game. Das heißt, bei ihr darf ich nicht übernachten. Aber Moment mal, das Mädchen hier schreibt einfach, komm. Okay, okay, okay. Anscheinend darf ich bei ihr übernachten. Alter, wie cool. Das heißt, das ging ja eigentlich ziemlich schnell. Moment mal, wer bist du denn hier? Naruto Uzumaki Single? Ähm, tut mir leid. An sie habe ich leider keine Interesse. Okay, hier ist also mein Zimmer. Und warum sind hier so viele Leute? Oh, Mann, ey. Oh, Moment mal. Sie hat mich aus dem Haus gebannt. Sie hat mich einfach veräppelt, Mann. Okay, Freunde, das war wohl nichts. Wir brauchen auf jeden Fall einen anderen Schlafplatz. Na, ja, Freunde. Wir suchen einfach mal weiter. Und da hinten sind auch ganz viele Leute. Moment mal. Das schaue ich mir mal an. Online-Dater-Schlafparty? Moment mal. Was geht denn da ab? Oh, mein Gott. Genau sowas habe ich doch gesucht. Okay, okay, okay. Mal gucken, ob ich bei dieser Übernachtungsparty auch mitmachen kann. Vor allem sind das ja Online-Dater. Und ihr wisst ja, ich liebe es, Online-Dater zu trollen. Na, gut, dann wollen wir mal. Ich frage einfach mal rein. Ich frage einfach mal. Hey, kann ich dabei sein? Okay, er schreibt, man darf nur mit Pyjama rein. Und sie schreibt, ja, und man muss reich sein. Wow. Und sie schreibt, er sieht aber nicht wirklich reich aus. Warum sagt immer jeder, dass ich nicht reich aussehe? Ich meine, mein T-Shirt sieht teuer aus. Mein Cape, meine Hose. Meine Haare, ja. Ich frage aber mal, okay, also darf ich mit Pyjama rein? Ich sehe schon, die haben alle so richtig coole Pyjamas. Okay, er schreibt auf jeden Fall klar. Na gut, ich schreibe einfach mal, na gut, bis gleich. Dann muss ich mir erst mal ein Pyjama anziehen. Und dafür, meine lieben Freunde, gehen wir in den Rockstar-Klamotten-Laden. Und tadaa. Oh Mann, ey. Was hab ich denn jetzt hier an? Die hatten nur noch diesen coolen Batman-Pyjama. Der steht mir, oder? Na ja, außer, dass ich das Oberteil nicht mehr zubekomme, weil es ein bisschen zu klein war. Aber na ja, wie auch immer, dann sieht man halt meine Muckis da durch. Und jetzt gehen wir einfach mal wieder zurück zum Motel. Und so wie es aussieht, sind die ganzen Leute schon reingegangen? Okay, 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 so sieht es also da drin aus. Wir gehen einfach mal rein hier und schreiben, ist das so okay? Und die schreibt, der sieht ja jetzt viel besser aus. Und sie schreibt auch, ja, Rich Boy und ein Sasa-Emoji. Okay, und irgendwie, Moment mal, was sagen die Jungs da hinten? Was denkt der, wer der ist? Der nimmt uns die Mädchen weg? Oh weia, ich glaube, die Jungs sind gerade ein bisschen eifersüchtig auf mich. Der schreibt da auch schon, keine Ahnung, aber er nimmt unsere Mädels weg. Und der andere schreibt jetzt, lass den mal mobben. Wow, 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 Moment mal, was soll das hier? Ich hab doch gar nichts getan. Okay, er schreibt schon, ey. Okay, ähm, ja, was ist los? Sag mal, was soll dieses böse Gesicht auf einmal? Ich glaube, die Mädchen sind auch total verwirrt gerade. Du bist mega arm, du kleiner Gartenzwerg. Oh Mann, ey, jetzt werde ich hier wirklich geärgert von denen. Aber Moment mal, die Mädchen, die beschützen mich einfach mal. Die schreiben, er ist reicher als ihr beide, also geht mal. Moment mal, und jetzt lacht er meinen Batman-Anzug aus. Hey, was soll das? Siehst du, die Mädchen sagen, oh, das sieht fresh aus. Oh Mann, Freunde, schreibt ihr mal in die Kommentare, wie findet ihr diesen Batman-Schlafanzug von 1 bis 10? Was würdet ihr meinem Batman-Pyjama geben? Und die schreibt auch noch, guckt doch, wie hübsch der ist. Ganz genau, und jetzt hört auf, mich auszulachen, ey. Moment mal, was? Wir sind viel hotter? Geh, du Gartenzwerg. Oh Mann, ich schreib einfach mal, ist ja gut, ich geh ja schon. Oh, weia, Freunde, ich glaube, da habe ich wirklich die falsche Übernachtungsparty ausgesucht. Auch wenn die Mädchen wollen, dass ich hier bleibe. Ich bin hier, glaube ich, nicht erwünscht von den Jungs. Und, naja, ich würde einfach mal sagen, Freunde, wir gehen fürs Erste, aber wir kommen wieder. Keine Sorge. Diesmal versuchen wir aber, den Spieß umzudrehen und wir versuchen, die Mädchen eifersüchtig zu machen. Und, ja, die Jungs ein bisschen um den Finger zu wickeln, denn... Wir trollen sie jetzt einfach mal als Mädchen. Ganz genau, Freunde, damit werden die jetzt auf jeden Fall nicht rechnen, dass ich als Mädchen zurückkomme. Und ich bin mega gespannt, wie die jetzt mal so reagieren werden. Ich glaube, das wird jetzt genau andersrum sein, dass die Mädchen sauer werden, weil ich so hübsch bin. Und die Jungs werden sich bestimmt in mich verlieben. Na gut, dann wollen wir mal. Wir, oh, klingeln einfach mal, ähm, der ist schon hier rausgekommen. Ich schreibe einfach mal, hi, habe gehört, hier ist eine Übernachtungsparty. Und er schreibt, hey, ja. Und der andere Junge ist direkt auch hier rausgelaufen. Oh Mann, ey. Und er schreibt hier, mit dir doch gerne. Und jetzt hält er mir auch noch die Tür auf. Oh wei, auf einmal ist sie ja mal so richtig lieb. Und, Moment mal, die Mädels sind da ganz hinten. Und die schreibt gerade, die sieht so komisch aus, dass ich schon müde werde. Ähm, als hätte ich es nicht gewusst, Freunde. Ich hab's doch gesagt. Die Mädchen werden jetzt eifersüchtig sein. Und die Jungs verlieben sich gerade in mich. Ich meine, guckt euch mal dieses Funkeln in seinen Augen an. Moment mal, und der schreibt hier gerade, wärst du eine Kartoffel, wärst du eine Süßkartoffel. Ich schreibe jetzt einfach mal zurück, oh danke, ihr seid voll cute. Moment mal, was schreibt der? Bin ich bei Disney Plus oder warum sehe ich etwas Schöneres als eine Prinzessin? Okay, okay, okay. Ich bekomme hier also ganz, ganz viele Anmachsprüche. Und, Moment mal. Ich schreibe hier einfach, wie siehst du denn aus? Oh oh, ich glaube, so langsam fängt es hier an, wirklich aggressiv zu werden. Die beleidigen sich sogar gerade. Hau ab. Ja, sonst banne ich dich. Und der Typ hat einfach eine Axt in der Hand und schreibt, du bleibst hier. Oh oh, jetzt streiten die sich alle. Der andere Junge schreibt, ihr sollt abhauen. Äh, ich zeige dich am besten an und melde dich, sodass du von Roblox gebannt wirst. Freunde, was geht hier eigentlich ab? Die sind alle total durchgeknallt. Erst habe ich die als Junge getrollt und jetzt als Mädchen und es wird nur noch schlimmer. Leute, guckt euch das an. Die Mädels drängen mich hier einfach mal komplett in die Ecke. Geh, hau ab. Und jetzt hat sie noch eine Pistole in der Hand. Okay, Freunde, ich glaube, das ist der perfekte Moment, um hier jedem mein kleines Geheimnis zu verraten. Mein Vater bannt dich von ganz Roblox? Okay, ihr seht schon, die drehen hier gerade komplett durch. Ich muss denen jetzt mein kleines Geheimnis verraten. Döp, döp, döp. Ich war es die ganze Zeit Lami. Äh, ach nö, ein Lami-Faker schon wieder. Mein Vater wird dich von Roblox bannen, weil du Lami fakest? Leute, wer ist das? Bist du es wirklich? Okay, also die zwei Jungs denken, ich bin ein Faker. Das eine Mädchen hier kennt mich gar nicht, aber sie kennt mich. Yeah. Ich schreibe hier einfach mal, bin der Echte und ihr seid alle in meinem Video. Okay, die schreibt immer noch, okay, aber wer bist du denn? Ein Faker. Oh Gott, der rastet gerade richtig aus. Guckt euch mal sein Gesicht an, ey. Ähm, naja. Also, Andi, Jungs, ihr werdet ja im Video sehen, ich bin kein Faker, aber dich grüße ich. Die glaubt mir, dass ich der Echte bin. Und das andere Mädchen weiß immer noch nicht, wer ich bin. Naja. Ist ja auch egal, Freunde. Ich, äh, hab auf jeden Fall genug von dieser Online-Dater-Übernachtungsparty und wir haben die erfolgreich getrouelt. Aber, Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das ist ganz, ganz wichtig, Freunde. Und schreibt in die Kommentare, was soll ich noch für ein Online-Dater-Video machen und wie soll ich die Online-Dater wieder trollen? Ihr könnt jetzt auf jeden Fall links und rechts noch die letzten zwei Videos abchecken. Die sind auch mega, mega cool geworden. Und ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und tschaui.